Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Child to Fly mit Diddl und DKB. Wir haben jetzt die ganzen Okuli geschliffen und das ist eigentlich recht klar. Die ganzen Ungeschliffenen werden zu geschliffenen. Wenn man die geschliffenen dann nochmal zusammen macht, kriegt man facettierte. Wenn man die facettierten nochmal zusammenschleift, werden sie zu funkelten und weiter haben wir nicht gemacht. Genau. Bei uns sind dann die Steine ausgegangen. Ja, wir zeigen euch zum Beispiel mal ein paar, die wir jetzt hergestellt haben von den Mega-Teilen, die unser Lieblings-Kolem jetzt bekommt. Wie ihr seht, einiges an Buff, was man hier kriegt. 16% mehr Schaden. Und Wasserschaden hinzugefügt. Und hier plus 20 max LP. Das, was vorhin nur 5 waren. Und wenn man verschiedene Farben kombiniert, kriegt man auch andere Edelsteine raus. Ja, das war aber bekannt. Ja, aber das wollte ich trotzdem nochmal erwähnen. Und den Diamant kriegt man immer, wenn man drei Farben kombiniert. Gut, dann würde ich sagen... Wir können jetzt zurück ins Kapilli-Dorf gehen, denn dort sollte jetzt jemand die Schaufel wollen, die wir gekriegt haben. Jetzt die Schaufel? Ja. Okay, wo warst du das? Das habe ich gelesen, als ich nach dieser Abo-Quest gesucht habe. Gut, okay. Dann gehen wir ins Kapilli-Dorf. Gut, dann schauen wir mal, wer braucht denn die Schaufel? Leb wohl! Also müsste da jemand uns ja drauf aufmerksam machen, oder? Das Kind, der in den Brunnen stieg, den bösen Sauerharz besiegt. Vielleicht müssen wir auch ins Haus. Ich bin mir ziemlich jedenfalls recht sicher, das ist Kapilli-Dorf und nicht Populi. Okay. Verschlossen. Was? Macht das irgendwie Lust, dass man diesmal nicht verdrossen? Ach, die sind schön gereimt. So, der hat seinen Apfel, der ist ja schon zufrieden. Der hat seinen Apfel, der hat noch gar nicht gegessen. Tja, der kommt auch nicht mehr zum Essen, obwohl er Hunger hat. Idiot. Ich warte denn noch auf die Pause. So, hier. Nee, die Damen hier scheinen auch nichts brauchen zu wollen. Hm. Ich war's doch um Populi-Dorf gewesen. Man kann's sagen, denn hier haben wir ja schon was getauscht. Jetzt müssen wir ja dann zurückgehen erst mal. Also, beziehungsweise, es hieß ja... Oh, was haben wir da? Die meine anderen in der Ruhe. Gut, dann reisen wir jetzt zum Populi-Dorf. Richtig. Aber erst, wenn wir das gemacht haben. Wiii! So. Gut, wie gesagt, wir haben ja hier schon was getauscht. Es hieß hier, wir sollen zwischen den beiden Dörfern hin und her tauschen. Ja. So, wo sind sie denn? Äh, hä? Das kann ich nicht sagen. Da unten sind sie. Komisch, weil das immer so 2D ist, weiß ich gar nicht, wo wir eigentlich genau hingehen. Nach Süden oder Norden oder Osten oder Westen. So, dann schauen wir uns mal um. So, wir waren diesen hier zuletzt drin. Die Rohstoffpreise fallen ungeniert. Verkauf schnell, sonst sind wir ruiniert. Da können wir hinein. Okay. Oh, hier haben wir erst noch etwas. Dann reden wir mit der Verkäuferdame dort. Ja, tun wir das mal. Ein Retter muss die Schatzkammer knacken. Den Liquiditätsengpass bei den Hörnern packen. Und die Insolvenz. Meine Herren, jetzt wird's noch ganz schön politisch hier in diesem Spiel. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's wahrscheinlich in die nächste Ebene hinaus. Ja, aber erstmal kurz umgucken. Hier oben. Ah, schön hoch. So. Na ja, wir waren ja schon hier oben mit dem Typ da. Der will das ja, dass wir das machen. Hier kommen wir da. Aha. So, reden wir mal mit ihm. Ist Magna erst wieder auf den Beinen, investiere ich mein Geld in Wackerstein. Ja, ist Magna. Okay. Keine Ahnung. L plus X sind meine Plattform herunterzulassen. Okay. Äh. Also, L plus... Hä? Verstehe ich nicht. Nein, L ist der linke Stick, oder? Draufdrucken. Ja, tue ich. L plus X. Keine Ahnung. Hm. Achso, wahrscheinlich bloß, damit du wieder runter kannst. Das weiß ich doch. Das war wahrscheinlich kleiner Übersetzungsfail. So, also hier können wir nicht rein. Okay, gut. Alles klar. Jetzt habe ich auch schon ziemlich schnell rausgefunden, dass ich das so machen kann. Mit L plus X. So, ansonsten... Da ist der Typ, der wollte, dass wir den Apfel verkaufen. Ah, da können wir noch rein. Verschlossen. So, ansonsten war es das. Ah, jetzt. Das macht mich nicht... Achso. Was passiert, wenn wir nochmal mit dem Typen da oben reden? Sogar der Apfel ist zur Nichte gemacht. Ich habe doch nur den Konsum angefacht. Also hier würde jetzt niemand eine Schaufel haben. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich würde... Das war noch nicht alles, was ich von der Stadt gesehen habe. Die ist ja ziemlich groß. Wow. Das ist eine Sie, oder? Ja. Eine Dame. Oder? Ne, ein Herr. Pardon, mein Herr. Ich muss nach oben. Sagt ihr mir wie? Nach oben geht es eigentlich nie. Hier in unserer Ökonomie. Großes Leiden müssen wir derzeit erdulden. In unserer Schatzkammer ist nicht der kleinste Gulden. Wow. Ungeziefer. Wie abscheulich. Mit sowas zu reden ist unerfreulich. Okay. Ja, das sind schon Rapten. Und wir können jetzt nichts rausfinden. Könnt ihr mir kein frisches Kapital geben? Versprechen. Versprechen. Bitte ich euch jetzt aufzusprechen. Verdammt. Ich blasen gehen manchmal zu schnell. Seid gegrüßt. Oder... Keine Ahnung. Wahrscheinlich soll es ein kleiner Junge sein. Gut. Ihr wollt zum Tempel in den Wolken nehme ich an. Ich zeige euch ein Transportmittel, dem man das kann. Als Kompagnon möchte ich euch begleiten. Der Gewinn ist sicher selig, ansehnlich. Sowohl für euch als für mich als auch für mich. Wolan schreitet voran. Dort zum Felsen gehe ich. Wenn diese Maus mir nahe kommt, zerquetsche ich sie ganz öffentlich. Ich glaube sie hat Angst vor Mäusen. Ah, ein neuer Begleiter. Oh wie süß. Aha. Jetzt gehen wir doch mit dem. Aha, nicht die kleinste Brücke sehen wir. Oh Magna, helfen musst du mir. Ich entdecke niemanden hier. Äh, was ist das? Das wollen die vier haben, hat er gesagt. Bei den Sternen. Ich meine, ist das ein Junge oder ein Mädel? Ich will es einfach mit einer männlichen Stimme sprechen. Lauf. Weg hier, der Berg macht auf. Kleine Gäste, auf ein Wort. Darf ich euch etwas offerieren? Wasser aus Eisingenbach habe ich vor Ort. Vielen Dank, aber wir müssen fort. Ihr seid bezaubernd, nennt mich Magna. Magna, lass uns Freunde sein. Den Tempel in den Wolken suchen wir. Sonst nichts, Moment, ich schüttel meine Gesten. Mein Gestein. Mein Gestein, Entschuldigung. Oh, wie erschöpft fühle ich mich. Ich brauche dringend Rast. Mein Herz will nicht mehr so wie ich. Schätzchen, ich vertrage keine Hast. Magna, wir möchten dort oben hinein. In der Schatzkammer der Pol muss Populi sein. Beschäftigt, wie immer unser Robert... Was? Ich habe es nicht gelesen. Robert Lein. Robert Lein. Ja. Sollen wir jetzt also in seinen Mund, ja? Äh... Don Drost, ja? Ne, doch. So, aber erstmal wollte ich jetzt unser neuen Begleit aufrüsten und vor allem gucken. So, ja. Also ich nehme an, er ist eine Art... Ein Schütze. Ein Schütze, okay. Was kann er denn? Ein Antidot. Ah, das ist doch schon mal gut. Das heißt, er kann heilen. Sehr gut. Dann ist es hier für seine Bogen... Ich hätte nicht gedacht, dass es in diesem Spiel so viele Begleiter gibt. Seine Bogenfähigkeit. Kann er Antidot für alle lernen? Ah, okay. Ah, okay, also es ist jetzt nicht nur auf diesen Pfad dann hier beschränkt. Aber hier kann man das überhaupt erstmal lernen, die Fähigkeiten. Verstehe. So, wo gehen wir dann rein? Ah, hiermit behindert er, hiermit stärkt er sich wieder eher... Und da hinten geht es dann rein, ein Doppeltreffer. Nein, das gefällt mir auf jeden Fall. Na dann gehen die in diesen Pfad. Ja. Werde ich. So. Joing. 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 Ich höre sogar ein Pfeil P wieder her. Gut, und jetzt geben wir ihm noch ein paar Okuli. Achso, ja. So. Was hat er denn? Okay, also wir haben jetzt einen, der hat Wasserschaden, wir haben einen, der hat Blitzschaden. Dann sollten wir jetzt Feuerschaden ausrüsten. Mhm. Rechteck. Feuerschaden. So. Und jetzt geben wir ihm was? Jetzt geben wir ihm... Robert. Robert. Die neue Königin sperrte unsere Schätze ein. Ja. 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 Und hier sieht auch wieder alles ziemlich heiße aus. Das Eindutelixier wieder. So. Ist da vielleicht was? Weil die sind ja manchmal... Oh. So versteckt. Ja. Aha. Ah. Das führt jetzt nach unten. Was denn zieht denn? Ah, da. Ah, da. Ja, ich sehe ihn auch. Verdammt. War ich ein bisschen zu voreilig. Okay. So, hier sind schon ein paar der Spinnen. Und... Boom. So, sollen wir gleich wieder einen neuen Gefährten ausprobieren oder bleiben wir bei Finn? Ach, probieren wir ihn ruhig mal aus, um zu sehen, wie er so reinhaut. Ich weiß gar nicht, welches Level er ist. Werden wir gleich sehen. Level 20. Okay. Dann machen wir mal... gleich mal den Doppeltreffer, hä? Und zwar auf die Spinne. Die auch grad ziemlich schnell ist. Fix. Und auch wo er macht Lichtstrahl, ja. Ich hab's gesehen. So, Pfeilregen. Ah, es geht auf alle. Dann probier's aus. Ah, gleich zum Stein wechseln. Ich muss dann wieder die... Das hört cool aus. Ah, die sind feuerresistent. Natürlich. Zu spät. Natürlich können wir ja den Oculi, so lange wir hier sind, ändern. Ja, kümmere ich mir nicht. Der ist jetzt gleich dran. Zuerst mal holen wir ihm mal Wünsche. Ja. Lass... Okay, gut. Dann greif ich den mal an. Und er... Ah, ich glaub wir wechseln mal. Wer wehrt unsere Wasserattacke? Das war der Golem. Na dann, hau rein. Sprich wörtlich, hau rein. Ah ne, Schock. Zerschmettern. Hulk zerschmettern. Ja. Ein kauer Hulk. Oh. Na gut. Oh. Ui. Ja, ich glaub den Golem behalten wir. Ja, für diese Feuergegend absolut sinnvoll. Mensch Robert, wie ein Meister führst du das Schwert? Warst du je bei einer Geschäftsverhandlung? Dieser Kampf hier ist doch nicht der Rede wert. Das war doch kein Schwert, das war ein Bogen. Ja. Naja. Ey. Da oben kriegt noch was. Wieso muss es uns zur Zeit im Rollenspiel immer so ein Volk geben, das auf Handel spezialisiert ist? Oh. Ich hoffe, jetzt teilen wir es den Spinnenheim. Oh. Das war Ikegulus. Ach so. Nein, jetzt... Das bist du jetzt auch. Ich bin jetzt ein klarer Fall. Ich glaub ich du inzwischen eine Sprechblasen vorlesen. Du bist zu langsam. Ja, ich bin zu langsam. Ich gehe zu langsam. Aurora, woran erkennt man an der liebe Glut? Wenn selbst der kleinste Abschmied Schmerzen tut. So, ne, da gehen wir noch nicht hin. Erstmal kunden wir weiter. Gut, wir haben ja noch gut eine Minute. Neh, nehm. So. Geh her, Golem, hau rein. Das war ja verschiedene Arten von Spingen. Ähm, ja. Das und... Achtung, andere. Ja. Ich sehe viel schneller. Mit seinen Totenkopf auf dem Hinterleib. So. Zerschmettern. Gut. Gut. Die andere muss sehr viel langsamer. Ja. Ja, aber die bereitet auch irgendwas Großes vor. Tja, aber jetzt kommt sie zu nix. Aber erst denn die stärkt mich mal, die Strottel. So, sie wird jetzt erstmal angreifen. Ich kann mich doch jetzt stärken. Ja, aber gerade musst du das nicht unbedingt, die sind ja ja rechtzeitig weg. Ich will mal gucken, wie es aussieht. Ja, nichts. Hat der Golem sowieso vorher sie erledigt. Ja, dann nehme ich mich jetzt auf für den nächsten Kampf. Und auch für den nächsten Part. Oh, auch für den nächsten Part. Na dann. Aber erst mal, da wird halt noch was gelesen. Wusste ja nicht, dass so lustige Geschöpfe unter den Tieren von Lemuria existieren. Ha! Wie viel muss ich dir für deine Pfeife geben? Nix. Die verkauf ich nie im Leben. Oh man, das ist echt immer ein Geschäftssinn, ne? Ja. So, das verteilen wir jetzt noch. Und jetzt kannst du ein Outro machen. Mein Outro, das ich nicht habe. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen. Tapp uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Fall wieder. Bis dann.